Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Contrast. Ich glaube, ich werde dich nicht behalten. Du musst durch die Schäden gehen. Ähm, durchbrechen von dünnen Schatten. Okay. Ich kann Schatten durchbrechen. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso. Äh, Didi, wie bist du da jetzt rübergekommen? Zum Springen und Durchbrechen von... Oh Gott. Springen und Durchbrechen, okay. Wieso habe ich jetzt Red Trigger gedrückt? Das verstehe ich gerade selbst nicht. Okay. Eigentlich ganz simpel. Eigentlich. Okay. Das Zirkuszeit? Untertitelung. BR 2018 You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken-down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says, it's okay. But those gangsters really hurt him. We have to fix the circus. So Daddy will be safe. Come on, it's this way. Wir müssen den Zirkus reparieren. Na gut, oder privat den Zirkus. Dieser Zirkus ist eine Katastrophe. Ist hier irgendwas versteckt? Ne, vorerst nicht. Ich mag's nicht, wie es so entspannt geht. Ich mag den Gang. Aber hier wird fleißig gearbeitet, muss man feststellen. Was ist denn hier mit dieser Welt los? Sind die überall so Schluchten? Ich will das wissen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Mit so vielen Stellen, wo man hin kann. Viel zu viele. Da unten ist Didi, also gehe ich da erstmal nicht hin. Ich will mich immer erstmal umsehen. Wir wollen ja alles finden, nicht wahr? Ah, Popcorn. Filmrolle? Oh. Ah ja, okay. Ich hab's raus. Nein. Nein. Verdammt. Ich hab's nicht raus. Okay. Nochmal voranfangen. Ich muss irgendwie auf den Arm raufkommen. Ach komm. Lass mir jetzt einen Schatten da. Danke. Puh. Das war knapp. Und jetzt spreng ich ihn in den Tod. Sie hält schon was aus, die gute Dawn. Schau! Hier ist der Ballon! Es wurde geschnallt, damit sie es nicht anziehen können. Aber niemand kann da raus, um ihn zu entengeln. Ich hoffe, dass jemand nicht aufmerksam war, als er es anziehen musste. Aufmerksamkeit! Ich denke, dass ich es aufmerksam kann. Hast du noch Luminärer? Ich denke, dass wir nur ein oder zwei mehr brauchen. Das finde ich ja schön. Das gefällt mir. Auch mit Pappbäumen. Hey, hat jemand die Prinzessspuppete gesehen? Wir können nicht wirklich die Geschichte ohne sie beginnen. Das klingt wie Vater. Didi, wie kommst du jetzt schon näher hin? Alles klar. Ah, da ist sie! Mal nach einer Zeit, eine Prinzessin lebte in einem Kastel mit ihrem Vater. Der König. Der König liebte sie sehr, weil die Eltern lieben ihre Kinder. Die König. Der König war auch ein Ogre, der sie essen, weil Ogres das tun. Also, der König machte was die König machen, und sagte, dass jemand, der der König schlägt, der König sein würde, seine Frau, die Prinzessin, und sein König, wenn er stirbt. Der König war sehr weit entfernt, und der König war sehr groß, und der König war nur eine Nacht. Sein Name war Fred, und er war sofort in Liebe mit der Prinzessin. Fred war ein wunderschönes Nacht, und er fuhr auf den nächsten Morgen, singt eine wunderschöne Liste, so schnell wie er konnte. Okay. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures. Just like you. She used her wits, to get past unexpected obstacles. Okay. Ah, das gefällt mir. Ein richtig schönes Minispiel gerade. Vor allem, wieder die Synchronsprecher, die Erzählung. Davon, das ist super. Sie kam zu einem großen Meer, erfüllt mit knackende Krokodilen. Sie konnte nicht sogar schwimmen. Also, was glaubst du, sie hat getan? Ja. Sie kam zu einem riesigen Meer, voll mit knackende Krokodilen. Sie konnte nicht überhaupt schwimmen. Also, was du denken, sie hat getan? Ja. Sie kam zu einem großen Meer, erfüllt mit knackende Krokodilen. Sie konnte nicht sogar schwimmen. Sie hat sie auf ihren Händen gemacht. Das ist richtig. Es war eine magische Forest, wo die Pläne sich kennenlernen. Sie musste die Magik-Mushrooms nutzen, um zu hoch. Sie musste die Magik-Mushrooms nutzen, um zu hoch. Ja, wie soll ich das machen? Geh hoch. Warte, das ist nicht was passiert. Was ist das? Sie hat sie gelernt, um irgendwelche Bränschen zu benutzen, um sich zu über einen Blatt zu schmerzen. Als die Sonne war, sie kam zu der Großartige Ogre. Und dort, die Prinzessin herauskam, dass die Ogre hat Fred gebeten, und ihn aus einem Baum als Zettel. Der Ogre hat nicht den Besitzern aufgerollt. Auch Fred war ein bisschen erschreckend, zu sehen. mache ich jetzt? Hi. Äh. Hallo. Höh? Höh? Ich verstehe das nicht. Was soll ich tun? Ja, ich stelle mich dämlich an, ich weiß. Tut mir leid. Aber die Prinzessin war eine Frau von Aktion. Und sie war nimble. Und die Ogre war klumzy und leicht zu taunen. Was ist ein Taun? Das ist, wenn du sie schaffst. Du solltest nie schaffst mit Leuten, aber mit Ogres, manchmal musst du sie schaffst. Na komm, hau drauf. Auf den Baumstamm, du Pfeife. Den Baumstamm. Wo ist der Baumstamm, hä? Wo ist er? Na, wo ist der Baumstamm? Na, wo ist der Baumstamm? Da ist der Baumstamm. So. Und so, die Prinzessin schaffst die Ogre. Und schaffst sie Fred. Fred nicht so gut fühlte. Er ließ wirklich die Prinzessin. Ah. The King told him about a giant spider that he could slay in order to win the princesses hand. So, Fred marched off into the lair of the giant spider singing a brave song. A little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So, she went off looking for him again. Ah, diese Fred ist schon ein bisschen der Pfeil. Hm? Okay. So, was du denkst, was du? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't... I... I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Um, okay. I used an umbrella. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. I like Didi. I like Didi. And I like her father. Oh! Unfortunately, she impaled herself on the pamphlet. Wait, that's not what happened! Oh man. Oh man. Wie gesagt, das ist wirklich nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht. Okay, wieso konnte ich jetzt nicht mehr springen? Achso. Ach, an sich, wenn ich aus Versehen irgendwas mit dem Regenschirm berühre, dann geht er kaputt. Das ist auch sehr logisch. Macht es mir doch nicht so schwer. Ganz vorsichtig jetzt. Brrrr, die Spinne. Endlich landete sie. Genau in einem Spidersweb. Glücklich war es ein sehr altes Web und sie konnte frei. Glücklich war das Web die einzige, die aufhörte. Eine große Böder. Die Prinzessin brauchte, irgendwo zu finden. Warte, hätte ich erst drüber kommen sollen. Hä? Okay. Ach da. Ah. Jetzt macht's Sinn. Der nirgenden Spider wurde aus der Schatten. Oh, da ist noch einer. Höhöch! 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 Spinnig! Na super! Sie fuhr und spielte und spielte und spielte. Aber der nirgenden Spider wurde auch sehr gut gelaufen. Sie hatte acht Lager und die Prinzessin hatte nur zwei. Lauf, lauf, lauf. Geh doch doch hoch! Nein, geht sie nicht. Mag sie nicht. Okay. Ich mag die Geschichte. Starke Frauen sind was Tolles. Ja, arme Spinner. Sie hat einen Freund gefunden. Er war alles wie ein Päsent für den geringen Spinner. Dann haben wir den Geringen getötet. Der Spinner getötet. Die Arme, die wird nach Hause kommen. Oh, traurig. Er war schrecklich 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 schrecklich. Wir wissen genau, wo das passiert. Die Prinzessin hat sich gefragt, warum hat der Geringen versucht, ihn wegzugeben? Das auch. Aber sie war über Fred, also ging sie weg, um ihn zu finden. Ich mag den Humor, der ist super. Das ist ein kleines Scherz zwischen drin. Und der Wind schrecklich 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 schrecklich. Ich mag die Muffin. Die Prinzessin hat Fred wie Muffins gewohnt. Was hab ich da runter? Ach so, ne, hier hoch. Ah ja. Ähm. Okay. Ups. Ich verstehe gerade nicht, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ne. Okay, irgendwie mit diesem Geysir, was es darstellen soll. Naja, klappt sogar. Hoho, 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 hoho. Das ist gemein, das sind teilweise echt Sachen, die weiß ich halt nicht, dass sie da sind. Da kann ich doch nicht so schnell reagieren. Mann, no. Hoho, hoho, hoho. Ich bin gut. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer. Wenn die Prinzessin zu der Lähe des Dragegons kam, war sie nicht sehr überrascht, dass Fred von der Rühe des Dragegons kauf. Oh, der Drache. Hallo. 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 Hä? Die hat mich doch nicht mehr berührt. Ach komm. Also, der hat mich nicht berührt. Der Feuer Atem. Der Feuer Atem. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures. But that's for another day. Yay! Yay, Dawn! Du hast es geschafft! Und vielleicht auch ein Abonnent. Ein Abonnement. Ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne ein Abonnement. Freue ich mich auch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich bin euer Chaotica und ich sage Tschüss.